Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Son-Aufrisen-Marsch Ich hoffe ja dass wir bald bei der Ernte beginnen können Wir brauchen noch ein bisschen Ich schau mal die Übersichtskarte an Auf Feld 2 muss Unkopf bekämpft werden, aber der Traktor düngt gerade Und 2 zur gleichen Zeit, das beißt sich Deswegen lassen wir das lieber Ansonsten Geflügt werden Auf Eis ist Mohn Mohn, können wir rauchen So, fangen wir mal an Bodenbeschaffenheit Gras Pappel Gras Helfrächte Wachstum Also Das ist hellgrün, das dauert noch ein bisschen Hier wird dunkler, aber das ist nicht entscheidend Das dauert noch Und wir haben Nacht Das heißt, wir werden schlafen gehen Sobald der mit Düngen dann fertig ist Dann müssen wir das langsam machen Sobald der mit Düngen dann 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 Heizkraftwerk, was wir alles haben, die Lampe, drehen wir nicht schlecht. Ich brauche Licht, Baukosten, die Lampe, drehen wir nicht. Ah, das ist wirklich anders. so weg, weg umrüsten, vorbereiten, umkorbbegrämmung um console uh Für die Vr3, die jetzt... ... die Türmars, ... die Türmars, ... die Türmarschie, ... und jetzt auch noch etwas unterbein, ... Gummars, ... die Türmarschie, ... die Türmarschie, ... Köln, ... Hürdebäne, ... Pärchen. Wow, ich überfüge das aus. Ich dachte nur mal, ... ich würde nicht hören. Ich denke früher nach. So, Pflegebereifung. Aus die Maus. ... 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